Das nächste Spiel heißt Steier gegen Mödling, beide haben zuletzt 0 zu 4 verloren, die letzte Begegnung zwischen diesen beiden Mannschaften in Mödling hat allerdings Steier mit 5 zu 0 gewonnen. Ja, der Tag war mit etwas gemischten Gefühlen nach Steier gekommen, immerhin hat seine Mannschaft in Steier noch nie gewonnen. Die Niederösterreicher von links nach rechts mit der ersten Möglichkeit über Nickischer, der vor einigen Jahren selbst in Steier gespielt hatte und er verzieht. Vorwärts ist überlegen, spielt viele, viele Möglichkeiten heraus, tut sich aber im Tore machen schwer. Dubaj, der beste Stürmer, kann sich immer wieder durchsetzen, Tormann Koch, dann Linnemeyer und Music. Eine Möglichkeit nach der anderen für die Vorwärtsmannschaft und dann eine Standardsituation, Freistoß von Resch und Tor, Szesiak, der Pole bringt völlig überraschend Mödling nach 40 Minuten hier noch einmal dieser genaue Kopfball und via Innenstange geht der Ball ins Tor. 1 zu 0 also für Mödling und das ist auch der Pausenstand. Dann wieder rollende Angriffe der Steier und immer wieder über Dubajic, Daniel Maglena, Music an die Stange und Kozian, das ist der Ausgleich in der 49. Minute. 1 zu 1 also zwischen Mödling und Vorwärts-Steier. Alle dachten schon, jetzt wird Vorwärts das Match noch gewinnen, aber dann wieder einer der Konter über Thomas Bauer, macht das sehr geschickt im Duell mit Pfister, hat etwas Ballglück und ein schöner Heber und Mödling geht mit 2 zu 1 in Führung und das war in der 62. Minute. Die letzte Möglichkeit noch für Vorwärts, ein Lattenschuss von Koch, aber Mödling gewinnt erstmals in Steier gegen Vorwärts und zwar mit 2 zu 1. Erfolgserlebnis für Hans Gankl und seine Mödlinger. Es ist dies das Spiel 6 beim Extra-Toto. Tipp 2. Die junge Mannschaft ist in der 1.